...Kinderträume und was Sie da machen müssten um Ihren Kind, Ihren Enkel, Ihren Neffen, vielleicht schon morgen, nee morgen ja nicht, aber am Montag oder am Dienstag einen Kindertraum zu erfüllen, das erklären wir Ihnen nochmal ganz genau in zwei Hände. Und hier die aktuellen Wetterdaten aus der Region, Mühl-Volkig 19 Grad, Buxal-Leicht-Völk 18 Grad. Die Baden-Radio Wetterdaten, Regionin, Sympathin, Paris, Karl Hartmann, den Uehrporn, Legislative, Anticipli andres, wie der Premierminister und Conservator, Sie sich behörden, BaFin und Bundesbank, Niederlohn, die Banken abzuschätzen. Genauere Erkenntnisse schwierig. Dazu müssten die Banken selber erst mal wissen, wie viel die Finanzkrise sie wirklich gekostet hat. Nur träumen, doch du willst immer nur was. Radio Arc-en-Ciel, c'est outil sur internet. Tapez www.radioarc-en-ciel.com et écoutez votre radio toute la journée. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel. Es gibt einen Auszahlungszeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt werden Zinsen berechnet. Er ist gefährlich und deshalb sorgt er vor allem bei den Grünen für heftige Diskussionen. Das Thema Spalten... In den Sommermonaten wurde eine Pontonsanierung gemacht, die Außenhaut verbessert. Wir haben das mit dem Mieterbeirat und mit den Mietern ganz hervorragend hingekriegt. Jetzt sind die Hauswände mit einer 14 cm dicken Isolierschicht eingepackt und neue Fenster eingebaut. Dafür hat die Vogue Saar 2,3 Millionen Euro ausgegeben. Davon profitiert... Ein Risiko gibt es bei Vorwartal immer, auch in der jetzigen Phase. Das Produkt hängt von der weiteren Entwicklung ab und es ist im Moment... Die Nachkunft und das Geburtsdorf... Er ist ganz sexy, fräckend... Äh... Im Friedhof besichtigte ich einige besonders... Äh... Er ist dort, da musste man da auch immer wieder restaurieren und aufbauen. Erstaunlicherweise muss ich was sagen... Erstaunlicherweise ein ICH zwei divisions ... Erstaunlicherweise muss ich tatsächlich... um射 Ich kenne eigentlich diese Sorgen... Vielen Dank.